ja heiler hat er kommt er wieder auf mein Kanal hier ist euer Timmel Akronen der Leute und zwar ist gerade auf dem Server heute ich würde ich das ist aber gerade auf einem auf dem Hälfte kraft.de auf Busser war der gerade Wartungsarbeit ist nicht das ist nicht mein Server oder das ist ein Brotter von dem erheilig was red ich da Brutal Gems Brutal Hälfte kraft.de zur Weihabt recht sind da wie auf der Hälfte kraft.de Server Leute der ist gerade Wartungsarbeiten ich würde Lobby habe ich gepackt haben wir hier gebaut ich habe ich das habe das gebaut mit dem Druckblatt und so für das Lobby System die Katze einstellen aber er hat sie zum Beispiel ich kann euch halt mal die Zauber bisschen vor und zwar hier landet ein gerade bei dir und zwar da drückt ihr hier recht sich auf die Teleport habe der Evo die Welt zurückträchtig der Gipfel wo es ist Bordung verbreitet der WP und zwar weil wir gibt es schon immer mal auf die Community und hier laut auf zu blab bei Schabbach bei Pottagia drückt mal auf WAP Community und schon hatte ich hier dann steht hier nicht der ONA hier gibt es schon die Teamliste das hat ihm und zwar Freude wenn ich hier auf die außer die Welt gehe dann wird sowieso wieder weggehebordiert wenn ich hier so mache wenn ich hier irgendwann richtig weit gehe Leute guck mal hier ist privat das war's Secret ja hier den HUB und zwar hier es gibt schon Community und Survival ich gebe mal Survival so dann bauen wir hier ihr könnt ich kann hier überall abbauen ich bin hier ONA das wisst ihr schon Leute ab hier könntest du abbauen steht ab hier kann man abbauen da ist eigentlich noch was sind aber ihr habt kein Geld und Rechte oder so Mann bis Betro sehr schön es geht aber ihr könnt hier nicht fliegen Leute weil ich du es kann oder die anderen Seite aber die anderen Besitzer und zwar und zwar und zwar ich hatte gut krasseste Community Leute selber es ist ja wie Freebild oder so oder Farbbild aber ist alles auch friedlich Leute hier die Emo die D und zwar und zwar Freunde ähm ja es war ein guter Server ja es gibt es auch hier ist Bad Wars hier kommt dann bald so ein Schild hin wo man teleportiert wird die Bad Wars Zombie oh mein Gott ich freue mich so hart auf die Bad Wars Server nice Community gibt schon nei dann Skywbwop kommt auch bald und was neu das kommt auch noch gleich was neu ist und zwar kommt bald noch ähm freebill zwar guck mal wenn wir hier auch laufen ne guck mal oh mein Gott einer fliegt gar nicht ich konnte den drop-run die tausend secret trick oder gerne geodreif hier aber oder der die welt gefallen wir hatten vor auch die placken aber ich geplagt und zwar weiß das gibt doch hier leute es gibt auch das seidel lobby diskretten rang es gibt auch noch schutzschild das kann jeder du hast ein schild aktiviert es ist also du zum beispiel jemand mit der wisst dass man dann schützt es gibt ender perle man sich die überziehen konnte wieder verstecken und es gibt noch die einstellung mit sprache kann man weg einstellen dann steht hier alles auf englisch es ist hier auf deutsch jetzt das war meist gerne keine spieler anzeigen aber so und weiß es gibt ja auch noch acht dacke war ja oberheit dass aus die kürze ich brauche nichts mehr zu machen guck ich kann einfach mich bewegen und das ist bambus so zu erfragen gedacht so die durch die kürz die diese komplette die hat man ja schon hier es schon hier soll da eigentlich besser sein jetzt aber fehlt pvp und zwar vor das war mit dem video leute ist eine saubervorstellung lasst gleich darf ich euch gefallen hat ich war mit brutal gäbe auf und